Hallo meine Lieben, heute habe ich ein ganz besonderes Video für euch bzw. versuche es zu einem besonderen Video zu machen. Und zwar habe ich vor, ja wie soll ich das erklären, also ich habe schon seit langer Zeit eigentlich Lust gehabt heute Abend weg zu gehen und leider hat sich aber immer keiner gefunden, der mit mir geht und ich habe mir dann halt gedacht, fahre ich, fahre ich nicht und heute Abend gibt es nämlich so ein kleines Konzert bei uns hier in der Nähe und ich war mir so unsicher, ob ich es mache oder nicht, weil ich dachte alleine, ich bin noch nie alleine weggegangen und ich meine, ich habe ja so schon Angst unter Menschen und irgendwie sowas, aber ich habe mich wirklich jetzt schlussendlich dafür entschieden, doch zu versuchen hinzugehen, dass ich vielleicht dort jemanden treffe, den ich kenne, mich einfach zu überwinden, also ich möchte schauen, wie weit schaffe ich das ich werde auch dann wirklich auf mich hören und wenn es nicht mehr geht, werde ich auch wieder fahren und möchte das einfach mal austesten, weil ich genau weiß, wenn ich das jetzt nicht tun würde, nur weil keiner Zeit hat, dann wäre ich total enttäuscht nachher, wenn ich dann wieder zu Hause wäre und den ganzen Abend und weiß, dann sind die Leute, sind alle da und vielleicht hätte ich auch einen schönen Abend gehabt und ich hätte das glaube ich bereut und deswegen möchte ich es auf jeden Fall einfach versuchen und mich meinen Ängsten stellen, auch wenn ich weiß, dass das dann vielleicht nicht ganz so einfach ist wie sonst, aber ich möchte einfach einen Schritt nach vorne gehen und mich nicht weiterhin so einsohlen hier zu Hause. Ich war die ganze Woche über fast nur zu Hause, mit mir ging es super dreckig, ich habe nur geweint und alles war scheiße und mir ist die Decke auf den Kopf gefallen, ich wusste nicht, wo vorne und hinten ist und deswegen möchte ich das jetzt am Wochenende auf jeden Fall versuchen, einfach mal einen Schritt für mich, einen ganz, ganz großen Schritt zu gehen, nach draußen, unter Menschen, fast ganz alleine, weil es ist schon eine gewohnte Umgebung, wo ich hingehe und den einen oder anderen werde ich bestimmt kennen, aber es ist jetzt mal, also ich bin nicht so fest verabredet wie sonst, dass ich zu 100% weiß, meine beste Freundin ist dabei oder irgendwie so, also es ist für mich auch schon wirklich eine hohe Belastung, aber ich habe mich entschlossen, das zu tun und ich werde versuchen, euch zwischendurch mitzunehmen, ich werde natürlich nicht allzu viel filmen können, weil das den Abend natürlich nicht leichter macht, in der Menge zu sitzen und einfach mal so die Kamera rauszuholen, dann gucken die Menschen natürlich sowieso. Ich werde allerdings mein Handy dann dabei haben und ich nehme euch gleich nochmal mit, wenn ich ins Auto gehe und wenn ich vor Ort bin und dann werden wir mal sehen, wie meine Stimmung da ist, ob ich es schaffe auszusteigen, ob ich vielleicht dann plötzlich Angst bekomme und ja, ich nehme euch mit, lasst uns das Experiment beginnen, eine Challenge für mich selbst und ich hoffe, dass der Abend gut ausgehen wird. So meine Lieben, ich bin jetzt kurz davor auszusteigen, die Fahrt habe ich gut überstanden. Es ist soweit eigentlich alles ganz cool. Ich habe natürlich ein bisschen Angst, bin ein bisschen aufgeregt, ich weiß nicht, was mich dort erwartet, wer da ist, ob da vielleicht nette Menschen sind oder vielleicht auch der eine oder andere, den ich nicht so mag. Mir ist schon ziemlich warm, ich bin sehr aufgedreht, glaube ich, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Schweißausbrüche und ja, auch wenn man das vielleicht jetzt gar nicht so sieht, aber es ist doch schon so, was passiert gleich, wer ist da und mir läuft das echt eiskalt den Rücken runter. Aber ich möchte versuchen, rauszugehen, ich möchte versuchen, den Abend zu genießen und ich möchte auch versuchen, für mich einen Schritt nach vorne zu gehen, indem ich meine Ängste bewältige und ich sage mal so, mehr als dass ich in fünf Minuten wieder zurückkomme und sage, oh scheiße, kann eigentlich nicht passieren. Ich werde jetzt in die Höhle des Löwen gehen, zu ganz vielen fremden Menschen und vielleicht sind die aber eigentlich auch alle ganz lieb. Und drückt mir die Daumen und ich melde mich auf jeden Fall, wenn ich zurück bin, meine Lieben. Bis dahin, tschüss. Die erste Zeit habe ich ganz gut überstanden. Ich habe einer Betroffene dort gefunden und nicht mit der getroffen. Super nett, wir haben uns gut unterhalten. Allerdings ist sie jetzt auf dem Heimweg und ich werde trotzdem versuchen, noch mal alleine reinzugehen. Ich bin jetzt gerade kurz draußen, um Lust zu schnappen. Und ja, das geht darum, dass ich da alleine noch mal reinkomme und dass ich das auch schaffe, durchzustehen. Ich melde mich auf jeden Fall später noch mal, wenn ich wieder rauskomme. Bis jetzt ist alles super gelaufen. Bis dann. Ich bin zurück. Es ist jetzt ernsthaft 1.50 Uhr. Also 10.20 Uhr morgens früh. Ich bin nicht betrunken. Ich bin nüchtern, weil ich ja noch Auto fahren muss. Aber ich kann euch sagen, ich hatte einen super lustigen Abend. Ohne Spaß. Also ich hatte natürlich total die Angst am Anfang. Und ich hatte ja Glück. Ich habe noch kurzfristig eine Betroffene kennenlernen dürfen, die auch meinen Blog verfolgt auf Facebook. Und sie ist mit ihrer Mama gekommen und wollte unbedingt mal vorbeischauen, mich kennenlernen. Und das haben wir einfach verbunden, da ich ja sowieso alleine an dem Abend da war. Und ich habe mich super gefreut, dass sie noch gekommen sind. Und wir haben ein bisschen gequatscht. Und ich habe ja euch vorhin schon einen kurzen Zwischenbericht gemacht. Und ja, die sind dann wieder gegangen. Und ich hatte natürlich schon ein bisschen Angst, alleine wieder reinzugehen. Die ersten 50 Minuten stand ich auch wirklich wie so ein Depp an der Wand. Und dachte, was mache ich jetzt? Bleibe ich hier stehen? Gehe ich? Weil zum Sitzen war gar nichts frei. Es war super voll. Und dann habe ich natürlich Glück gehabt, dass ich ja einige der Mitarbeiter mehr oder wenig so kenne. Es ist jetzt nicht so, dass man total dick befreundet ist, aber man kennt sich halt. Und die haben mich dann einfach an die Bar geholt. Und dann stand ich da wirklich den ganzen Abend. Und an der Bar erlebt man wirklich sehr viel. Gerade so um diese Uhrzeiten, wenn einiges los ist. Und ja, also ich hatte wirklich Spaß. Es waren auch einige dabei, wo ich so dachte, ist das nicht ganz so lustig. Also ich habe mehr oder weniger mich da auch einigen natürlich, das hat sich so von anvertraut, nicht wirklich. Aber natürlich darüber gesprochen, wer ich bin, was ich mache. Weil die Frage doch schon häufiger kommt irgendwie, wenn die so sehen, wie ich mit anderen umgehe oder wie mit mir umgegangen wird. Also es kommt man irgendwie doch am Ende drauf. Spätestens, wenn die Frage ist, was machst du beruflich? Und ja, wenn man alkoholisiert ist, so wie einige dort, fallen natürlich Sätze, die man vielleicht im nüchternen Zustand gar nicht so sagen würde. Aber ich finde das dann immer sehr schade. So der eine, mit dem ich eigentlich ganz lustig mich unterhalten habe, immer mal wieder, hatte dann Schokolade da und hat gesagt, ist ein Stück, dann bist du kein Borderliner mehr. Und das war für mich so der Tropfen, wo ich gesagt habe, stopp, mein Freund, das war echt nicht lustig. Und da möchte ich jetzt auch nicht diskutieren. Das war mir ein Schritt zu weit. Und das war für mich auch quasi so der Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt kippt die Stimmung langsam und ich versuche jetzt, das nicht zu näher an mich ranzulassen. Weil das tut schon weh, dass das nicht ernst genommen wird einfach. Aber ich lerne natürlich dazu und weiß, dass es nicht jeder versteht und auch nicht jeder damit gut umgehen kann. Und das ist auch okay. Und ja, ich möchte euch auf jeden Fall sagen, traut euch, geht raus, auch wenn das anstrengend ist und ihr Angst habt. Natürlich geht das nicht immer. Aber ich kann wirklich sagen, wenn man mal denkt, soll ich oder soll ich nicht, mach das. Ich hatte ja jederzeit die Möglichkeit zu gehen und ich hätte das auch tun können. Aber irgendwie war es doch lustig, so die Leute zu beobachten. Und wenn du zwischendurch einfach nur lachst, dann freuen sich die Menschen um dich herum. Und ich habe es einfach gemacht. Also ich bin ja so ein Mensch, wenn ich jemanden sehe und ich beobachte ganz viel, dann lache ich zwischendurch einfach. Und die freuen sich dann. Und dann lacht man zusammen und ja, ist eigentlich auf jeden Fall wirklich ein schöner Abend gewesen. Und ich möchte euch wirklich animieren, geht raus. Versucht euren Ängsten euch entgegenzustellen und macht das für euch und geht Schritte nach vorne. Mir ist klar, wenn Leute von euch jetzt vielleicht gerade erst die Diagnose zum Beispiel bekommen haben, dass es dann nicht so einfach ist, schon direkt rauszugehen. Aber das möchte ich damit auch gar nicht sagen, sondern wenn ihr euch soweit stabil fühlt und sagt, eigentlich würde ich jetzt gerne, nur irgendwie traue ich mich nicht, weil ich vielleicht alleine bin oder so. Geht raus in die Welt und versucht es einfach. Nach Hause gehen könnt ihr immer noch. Und wie schön man immer so sagt, man bereut nicht die Dinge, die man getan hat, sondern die, die man nicht getan hat. Und meistens ist es ja nun so, wenn man dann zu Hause ist, dass man dann sagt, schade, dass ich nicht gegangen bin. Ich ärgere mich total. Somit das Wort zum, doch ist es schon Sonntag, stimmt. Es ist ja schon kurz vor zwei oder mittlerweile wahrscheinlich schon zwei. Ich danke euch fürs Zugucken. Für mich war es auch sehr spannend, diese Challenge zu machen, dieses Experiment für mich selber. Und ich habe daraus gelernt, dass ich vielleicht jetzt nicht immer alleine losgehe, aber mich manchmal mehr überwinden muss. Und dass es mir auch gut tut und dass ich total stolz auf mich bin, dass ich das ganz alleine geschafft habe. Und dass ich den Abend so lange durchgehalten habe. Und ich möchte wirklich euch auch die Daumen drücken, dass es bei euch auch super klappt. Und wenn es mal nicht klappt, nicht aufgeben, nochmal versuchen. Und Arschlöcher gibt es überall auf der Welt. Da können wir ja leider nicht drum rum. Deswegen lasst uns raus in die Welt und zeigen, dass es sich lohnt zu kämpfen. Ich glaube an euch. Danke, dass ihr alle mal an mich glaubt. Weil ohne euch hätte ich, glaube ich, niemals so viel Mut auch rauszugehen und zu sagen, hey, hier bin ich und ich kriege das jetzt schon alles irgendwie hin. Danke euch und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr fandet es interessant. Denkt dran, Daumen nach oben, zeigt es mir damit. Gerne dürft ihr auch kommentieren oder das Video teilen. Je nachdem, wie ihr es möchtet. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag oder Abend. Ich weiß jetzt gar nicht, wann ich es hochladen werde. Ihr werdet es ja dann sehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr noch Videoideen habt, was ihr gerne mal sehen möchtet von mir, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Und jeder, der mich noch nicht bei Facebook geliked hat bzw. mir noch nicht folgt, gerne einmal Charis Lifestyle eingeben, dann findet ihr mich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiterhin auch dort begleitet in meinem Leben mit psychischen Erkrankungen und mich dabei unterstützt bei meinen Fortschritten, aber auch mit mir zusammen die schweren Zeiten durchlebt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video, meine Lieben. Tschüss! Tschüss!